sie hallo und herzlich willkommen zu der letzte Mensch hat zu werden mein Koffen wird der Bedürfnis der Sackfalt ich möchte umgangssprachlich finden wir es 8 wir haben hier gerade diesen beziehungsweise ich habe bei diesem Wasserfall hier geöffnet das war der Wasserfall bei dem wir unbedingt herausfinden wollten was kann er nichts unsere fachmännische Aussage wasserfall sein sagt es keine Ahnung warum und so ich hoffe ich habe bei allen Videos bis jetzt bis auf eins auf meinem alten Kanal den ich jetzt lieber nicht sage ist mir zu peinlich Prozent immer so Ränder gehabt außen ich hoffe das habe ich jetzt in dieser Aufnahme behoben in dem ich einfach das Fenster in dem ich aufnehmen breiter gezogen hat das kann ich ihm Prozent vollbild Modus natürlich jetzt nicht machen das heißt in Prozent überfleisch wird das auch noch behoben sein gleich was wir jetzt gleich hier hinterher noch aufnehmen Prozent Prozent Euro diesen Tor Prozent aber wenn jetzt irgendwie Sachen wie Mono Warfare 1 was ich jetzt heute als gelöscht habe weil ich das Spiel nicht mehr hat und nicht mehr Prozent aufnehmen kann Prozent das wird also und Sachen die ich im vollbild Modus aufnehmen werden immer noch mit diesen Rändern da kommen Prozent ich hab das auch du bringst dich spontan um und ich glaube wir gehen das mal weil ich will die Schöne schaffen er dann versuchte den Sprung zu schaffen ich gehe mal den Turm anzünden das war ja das hier noch irgendwas oder bist ihr komplett rum ich bin komplett rum das ist super dieser Wasserfall der ist das ist der wohl eben rauskommt ich kann aus der Stadtbrauch springen ob das so sinnvoll ist ist die andere Frage aber war zwar nicht selbst nur so ein halbes herzschaden schafft auch da hinten brennt es Entschuldigung ich war es nicht ich habe keine Brat und Leute Leute ich bin der Stadtmann wenn er aus in die Stadtmauer runtergesprungen wo aber da war es so gut gerade noch mal alle zählen ich ist alles klar wie geht zwar etwa werden den Turm in der Stadt angezündet ich glaube ich bin mir gut vorgestellt dass wir die USA Mare ich konnte die Wetter besteht im großen Teil daraus dass wir alle Türme anzünden müssen ja zu den Türmen wollte ich auch gerade was sagen und zwar dass ich irgendwie das Gefühl habe dass wir verschiedene Bereiche haben und in den Bereichen müssen wir immer diese Türme anzünden und wenn wir den Turm angezündet haben können wir in den nächsten Bereich oder sollten wir in den nächsten Bereich weil jetzt haben wir hier den Turm jetzt könnten wir theoretisch hier rausgehen bin ich auch so weil das sind wir jetzt sind wir sind wir da wo ich denke dass wir sind warum ich bin da wo ich denke dass wir waren hä was denkst du denn wo wir sind ähm wir sind doch durch einen anderen Weg in die Stadt rein als wir eigentlich sollten ne sind wir nicht doch ne wir sollten so weil das Tor zu war ja und durch das Tor kommen wir jetzt wieder raus ja wo ich gerade festgestellt was sprichst hat zu gehen wie sich er hat kann nicht in die Richtung dreht wo ich bin kommt für die ZB ich glaube ich war mir bei der Pyramide schon doch nicht damit ihren von abgeworfen wollte es nicht nur du wolltest ich habe nur gesagt keine Ahnung aber mit guter das sind sie so fein und eine Probe ist und ein gut es ist ein solcher und das sind zwei Pyramiden die Schilder ich bin bei mir so eine Art ein Stück ein die dort ist nicht mehr mit sind wir dann zur Weiber shop wahrscheinlich müssen wir ein bisschen ausdeutschen der müssen wir nur kommen wir hier die richtige da steht Schilder okay steht da you better sing twice before entering checkpoint viel Spaß beim hochgehen ich will gucken weil oh hier ist ne Eisentür hier ist Klaas in der Pyramid ist ein fucking Park da ist ein verkackter Park drin boing 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 bis hin auch das war er nicht ins Bekleid auch noch nicht mehr roten Tag schön also wir können auch die sogar die andere Programme schon kommt es eher den Weg von hier Prozent weil wir können sich jetzt schlafen ja nicht noch Gute Nacht. Die Tür macht mich verrückt. So, jetzt ist es richtig. Ich gehe erstmal da hoch und schauen, was das alte Schild an der anderen steht. Ich gehe mal. Amd. 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 Ich suche jetzt mal irgendeine Truhe, wo ich meine ganzen Sachen sicher kann. Was heißt da drin jetzt? Nichts. Ich bin ehrlich zu sein. Ich bin kurz, mein Skype beschäftigt. Denn man muss nicht gleich schon irgendwas genervt werden. ich sehe da kommt jemand und wenn der mich gerne mal anruft und erwartet und naja ich hab nichts dabei was ich nicht verlieren könnte außerhalb Diamantschwerden Eisenrussdrucken Kettenhelmen Kuchen Karten die Tür komisch vor Ort er war es dann wichtig das ist alles wichtig und die Erschwärts wichtig ja was dachte ich mir angeschrieben das die 5 alle leust ich weiß fügt Tränke wofür mehr feierlos sind zu spielen und ich habe Angst dass sie gleich brauche ist der Kettyschen Ketten nicht Feuerfest nee warum nicht also irgendwie immer gestanden man baut das aus feuer er hat auch noch aus feuer er aber dieses kann nicht vorher fest wird noch probiert ich habe nur einen kettenhelm nachher ich lass erstmal hier feuerresistenzen wird doch noch da das mit dem feuerfeilenkorps schießt dann lebt das klingt nicht gut ich gehe jetzt mit meinem steinschwert da rein soll ich einfach losrennen the better find the treasure in the next twenty seconds oh god and now run wohin raus was passiert da jetzt was ach du kacke nein das passiert nichts es wird für den grünen Weg das wird die er die die ich habe jetzt sieht es es ist sie erkenaß auf alle leute ich habe ein paar hoch Ich war grad da. Ja, Knall, das passiert, wenn ihr mit TNT spielt. Ja, ganze Pyramiden in die Luft. Erstmal das, was ich da gerade gekriegt hab, wieder in den Checkpoint reinpacken. Ja, Pyramiden in die Luft, für die Leute hunderte von Jahren gebaut haben. Ja. Ich weiß nicht mal genau, wie lange man so eine Pyramide baut. Ich hab das mal gewusst. Als wir das in... Ja, Geschichte hatten, aber naja. Lass mich raus. Ah! Ich wette, hier sind Creeper-Spawner irgendwo. Hm. Dass wir hier einfach so reingehen, ohne irgendwie nachzudenken. Ich hab nachgedacht. Glaub ich. Ja, jetzt sterben können wir nicht. Und meine Sachen hab ich hier gesichert. Alle wichtigen Sachen. It seems all of these tree rays go to the treasure room. Die Frage ist, welchen nehmen wir? Wir teilen uns auf, würde ich sagen. Ich nehm ganz recht. Da nehm ich ganz links. Ich wette, denn damit ist der einfachste. Hier ist dunkel. Hier sind Spinnenweben. Hier ist ein Lava-Jump-1. Ich bin plötzlich ganz zufrieden mit den Spinnenweben. Und hier sind noch Dispenser. Au. Die mir in den Arsch schießen. Und zwar Pfeile. Oh Gott. Adri. Ja. Ich hab Angst. Ich hab ein Pfeil im Arsch. Ich weiß nicht, was da besser ist. Ach du Kacke.